auch so auch also es war auch mal eine küche also als solche nicht nicht zu erkennen oder nicht also man kann sich überlegen da steht offen da ist ein kleiner geräte schuppen gut ich betreue oder ich habe mein onkel betreut seit nunmehr über elf jahren und er hat jetzt in den letzten jahren zunehmend auch mit demenz zu tun ist dann im oktober gestürzt beim besuch einer messe wurde danach nach mehreren komplikationen operiert ist dann mehrfach an corona erkrankt zwei mal und ist dann letztendlich am 27 november verstorben an einem samstag und ich bin daraufhin am nächsten tag an dem sonntag um gegen 13 uhr in das haus das ich ja kannte in dem unteren stockwerk lediglich die beiden oberen stockwerke kannte ich nicht und ich wusste aber dass im oberen stockwerk sein arbeitszimmer ist und ich habe dann vermutet dass unterlagen persönliche unterlagen eher da zu finden sind und bin also gleich in dieses dieses arbeitszimmer das dann sehr sehr unaufgeräumt oder sehr 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 chaotisch ich habe es sehr chaotische vorgefunden überall papier bücher und bilder und was auch immer habe aber ja zu meinem großen entsetzen mit zwei drei griffen intuitiv unterlagen plötzlich in der hand gehalten die mich erst mal schock gefrieren ließen also ich hier schlummerten mal gucken ob ich vielleicht noch einen find wo nichts drauf war hier solcher filmstreifen hatte ich 700 stück also eine ganze kiste und das war halt schon also ich habe einen griff da reingemachen hat gar toller was ist da drauf was dann letztendlich hier diesen ganzen stein ins rollen gebracht hat ist aber eine ganze kiste mit mit über 700 diafilm die ungerahmt in umschlägen gelagert waren ja mit eindeutigen ja zum teil pornografischen material mit also wirklich unfassbar vielen opfern also es ist es einfach nicht es hat eine dimension die mir also wirklich die mich ja wirklich sprachlos gemacht haben ich habe das intuitiv alles mitgenommen also alles was ich zu dem zeitpunkt vorgefunden hatte habe ich eingepackt und habe es einen sicheren ort verbracht ich sag mal zum glück am nächsten tag gab es den ersten einbruch in dieses haus unglücklicherweise oder zu meinem großen unverständnis hat eine bruderschaft seinen sterbe also sein sterbe datum direkt veröffentlicht unmittelbar ohne das mit mir abzustimmen und fliegt natürlich nah wenn sowas im internet veröffentlicht ist dass dann auch natürlich signale gegeben werden für einbrüche und dergleichen natürlich lagern in diesem haus oder lagerten in diesem haus in einem relativ großen umfang natürlich ja delikate dokumente und ja das ganze ist dann letztendlich gesichtet worden von mir ich konnte das dann glücklicherweise alles auch sehr gut aufarbeiten dank intensiver dokumentation hat ein tagebuch geführt hat also alles wirklich lückenlos dokumentiert das macht die ganze tat noch unfassbarer dass das ganze noch irgendwie also wirklich wirklich absurd in so tja in so einen abgrund reinzuschauen was ich sage dazu immer das ist jetzt offensichtlich das tatsächliche leben eines menschen war erst mal völlig unklar wer ihn beerdigt und ob er überhaupt von einem priester beerdigt wird das bistum hat sich bis zum heutigen tag da komplett rausgehalten und es war dann so dass ich dann glücklicherweise ein pfarrer aus der nachbargemeinde breit erklärt hat und das hat mich also schon auch sehr sehr stark irritiert dass ja das also noch nicht mal einfach war ihn dann tatsächlich auch kirchlich zu beerdigen zunächst zunächst muss ich ja davon ausgehen dass die dinge die ich bis dahin ja auch wusste dass ich der einzige bin der das weiß und das ist jetzt halt die große frage wer wusste dann wann was ja im märz 2012 rief mich mein onkel an aufgeregt ob ich denn am nächsten tag zeit hätte ihn zu einem termin ins generalvikariat zu begleiten ein personalgespräch ich habe ihn gefragt um was handelt sich bei diesem was das thema des gesprächs und er sagte ja es wäre es wären unhaltbare vorwürfe gegen ihn erhoben worden die natürlich alle nicht stimmen hat das bis zuletzt alles abgestritten und es ging ganz konkret um eine wallfahrt von 1971 ich habe daraufhin meinen onkel natürlich unterstützt bin mit ihm dorthin damals beim generalvikar dass das gespräch war sehr ja imposant oder sehr sehr geprägt von seiner personalakte die mich sehr beeindruckt hat die war sehr umfangreich inhalt seiner personalakte war unter anderem ein brief von einem damaligen kaplan der mit ihm 1971 auf einer wallfahrt in rom war der einen film entwendet hat aus dem fotoapparat meines onkels diesen entwickelt hat und darauf waren auf zwei bildern war ein jugendlicher ich weiß nicht mutmaßlich augenscheinlich 16 17 jahre mit einer badehose begleitet sichtlich oder offenbar betrunken auf einem bett zu erkennen und das hat also dieser kaplan dem damaligen bischof vorgelegt daraufhin wurde mein onkel offensichtlich ja aus dem bundesland rheinland-pfalz ins bundesland nordrhein-westfalen versetzt um ich sage es mal salopp gras über die sache wachsen zu lassen im nachgang muss ich mich wirklich fragen ob ja ein missbrauch in nordrhein-westfalen offensichtlich weniger schlimm ist als in rheinland-pfalz also dass das das suggeriert der ganze vorgang ich finde es ganz ganz furchtbar was da passiert ist naja auf jeden fall hat dann nach langem hin und her hat es dann 2013 ein zelebrationsverbot gegeben ich muss das natürlich verifizieren also ein öffentliches zelebrationsverbot das heißt er durfte keinen öffentlichen messen mehr zelebrieren und hat dann seitdem zunehmend zu hause sich zurückgezogen und hat wirklich und da fallen jetzt die worte reue buße qual und angst ein alles elemente die offensichtlich auch bekannt sind ja er hat sich sehr sehr zurückgezogen wurde dann noch parallel mit demenz wurde immer mehr demenz krank also er hat dann die letzten zehn jahre auf jeden fall in einer wirklich unglaublichen umgebung sein sein leben gefristet und hat da buße getan offensichtlich was ich niemandem wünsche fakt ist für mich fühlt sich das an als hätte man ihn da fallen lassen wie eine heiße kartoffel also man wollte man wollte so jemand natürlich mit mit so einer mutmaßung nicht haben für mich war die bestrafung oder die maßnahmen die disziplinarische maßnahme in dieser härte nicht nachvollziehbar und ich frage mich natürlich heute retro perspektiv was hat das bis zum 2012 2013 gewusst was hat man mir verschwiegen ich habe mehrfach dort mit dem justiziariat kontakt aufgenommen ich habe keine informationen bekommen was ich als nächster angehöriger natürlich auch nicht gut anfühlt wenn man mit so einer mutmaßung nach hause fährt und damit habe ich auch die letzten zehn jahre gelebt mit der großen frage mit der quälenden frage ist mein onkel ein täter oder nicht also das hat mir da hat mich niemand unterstützt bis zum heutigen tag auch nicht also auch jetzt ist da ist ja mal die unterstützung davon ist also nicht die rede also wir stehen da ich stehe da nur mit mit mir zur verfügung stehenden mitteln stehe ich alleine da wie geht es nun weiter es geht jetzt zur unabhängigen kommission zur aufarbeitung von sexuellem missbrauch auch wieder in tri auch da darf man wieder hinfahren und also ich bin da schon sehr sehr gespannt wo ich noch überall hinfahren darf und was dann am ende tatsächlich aufarbeitet wird von daher ist es natürlich für mich unheimlich wichtig dass das ganze auch in die öffentlichkeit getragen wird und öffentlich wird das ist das ist ein ganz ganz wichtiger schritt um diesen diesen prozess entsprechend zu begleiten das ist das ist sehr sehr wichtig und was reden wir da ja über über dokumentierten missbrauch über fünf jahrzehnte so dass darüber reden war mich ist ein ganz wichtiger schritt